Freiheit der Popkultur Ghostbusters Bustin Makes Me Feel Good Eine Hommage an einen Film, der das Lebensgefühl der 80er perfekt einfängt. Welcher Film repräsentiert die 80er Jahre meiner Meinung nach am besten? Rambo 2, Scarface oder Full Metal Jacket? Nein, diese Filme behandeln zwar wichtige Themen, aber die Ära Ronald Reagan wird doch von Ghostbusters am besten wiedergegeben. Ja, ich höre euch schon fragen, kann eine Komödie über Geister wirklich die wahrscheinlich beste Zeit des Westens repräsentieren? Doch bevor wir uns dieser Frage stellen, gehen wir in die Geschichte des Films für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Eine klassische 80er Jahre Eröffnung Der Film startet wie ein typischer Gruselfilm der 80er Jahre. Eine bedrückende Hintergrundmusik führt uns durch die düsteren Gänge einer Bibliothek. Wir folgen einer alten Bibliothekarin bei der Arbeit, während hinter ihr etwas Unnatürliches vor sich geht. Sie bemerkt es zunächst nicht, doch als die Ereignisse immer spektakulärer werden, erkennt auch sie die Gefahr. Natürlich flieht sie panisch, bis sie geschockt stehen bleibt. Es leuchtet hell vorher auf und sie beginnt zu schreien. Genau in diesem Moment setzt Ray Parkers ikonischer Titelsong ein. Ghostbusters. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir zieht der Film genau an dieser Stelle jedes Mal aufs Neue. Die Einführung der Helden Nun stellt der Film die drei Hauptcharaktere vor. Dr. Raymond Stance, Dan Aykroyd, Egon Spengler, Harold Ramis und Peter Venkman, Bill Murray. Ghostbusters geht dabei geschickt vor. Es wird uns nicht erklärt, welche Persönlichkeiten die Charaktere haben. Wir sehen es in ihrem Verhalten. Dr. Stance erfährt vom Vorfall in der Bibliothek und ruft die beiden anderen Doktoren, die an der Universität paranormale Aktivitäten erforschen, zusammen, um die Geistererscheinung zu untersuchen. In der Bibliothek treffen sie auf den Geist. Die Szene zeigt uns, wie jeder der Wissenschaftler individuell reagiert, ohne dass uns etwas erklärt wird. Das Zusammenspiel von Mimik und Körpersprache bis zur Flucht aus der Bibliothek ist perfekt inszeniert. Unsere Helden werden schreiend und weglaufend gezeigt. Untypisch für die sonst sehr actionlastigen 80er Jahre. Von der Wissenschaft zum Unternehmertum. Zurück an der Universität, noch begeistert vom Gesehenen, wird ihre Freude schnell gedämpft. Der Dekan entlässt sie aus dem Staatsdienst. Dies führt zu einem interessanten Dialog zwischen Stance und Venkman. Stance Das ist eine absolute Schande. Jetzt können wir alle anderen Universitäten vergessen. Venkman Einstein hat seine besten Arbeiten geleistet, als er auf dem Patentamt angestellt war. Stance Weißt du, wie viel ein Patentamtsangestellter verdient? Venkman Nein. Stance Ich persönlich ziehe die Universität vor. Die haben uns immer Geld und Ausstattung gegeben und wir mussten nichts produzieren. Du warst niemals außerhalb des Colleges. Du weißt nicht, wie es da draußen zugeht. Ich war schon mal in der Privatwirtschaft. Die erwarten Resultate. Venkman Ich glaube, dass es unsere Bestimmung war, aus dieser Bruchbude hinausgeschmissen zu werden. Stance Aber mit welcher Absicht? Venkman In die freie Wirtschaft zu gehen Auf eigenen Beinen zu stehen Nach diesem Gespräch gründen die drei also ein Startup-Unternehmen und zwar die Ghostbusters Der Aufstieg der Ghostbusters Das Geschäft läuft anfangs schleppend Doch bald stellen sich erste Erfolge ein und sie machen sich schnell einen Namen Es entwickelt sich eine klassische Aufsteigergeschichte Fast wie bei Rocky nur eben im Unternehmertum Alle relevanten Magazine berichten und sie werden zu lokalen Helden in New York City Die Auftragslage wird so umfangreich, dass sie Winston Saddamore, Ernie Hudson, einstellen Seine Motivation Er hat keine persönliche Geschichte mit Geistern und ist jetzt überengagiert, weil er Rache nehmen will oder ähnliches Nein Er braucht einfach einen Job Ganz typisch für die pragmatische Haltung der 80er Jahre An dieser Stelle ist unser Team vollständig und die Dinge nehmen ihren Lauf Der Bürokrat als Bösewicht Wie könnte es in den 80ern anders sein? Der Gegenspieler der Ghostbusters ist ein Bürokrat von der Umweltbehörde Der Film zeigt uns, dass Amerika dieser Zeit in dem vier Unternehmer mit exklusiven Teilchenbeschleunigern auf dem Rücken weniger gefährlich sind als ein Bürokrat, der die Regeln durchsetzt Am Ende sind es die Unternehmer, die die Fehler der Bürokratie ausbügeln und die Stadt retten Gott segne Amerika Wer mehr zur Story wissen will, der muss und sollte sich dieses Meisterwerk ansehen Ein Liebesbrief an die 80er Jahre Kommen wir zum Handwerklichen des Streifens Die Performance aller Beteiligten ist herausragend und unglaublich dynamisch Wir haben drei völlig Verrückte, die aber niemals lächerlich wirken in diesem eigentlich ziemlich ernsten Szenario Sigourney Weaver im Film Dana Barat spielt einen Gruselfilm und keine Komödie Auch sonst tut das abgesehen von den Ghostbusters keiner Das sorgt dafür, dass sich die Bedrohungen auch wie solche anfühlen Die Effekte sind natürlich schon etwas in die Jahre gekommen Aber im Gegensatz zu CGI haben handgemachte Effekte auch nach 40 Jahren immer noch einen unglaublichen Charme Der Humor ist etwas Besonderes, denn Ghostbusters ist selten ein Film zum laut Auflachen Nein, vielmehr ist es ein subtiler Humor, bei dem man auch heute noch das eine oder andere neue Lächeln finden kann Besonders bei Dialogen wie diesem Stance Alles war okay mit unseren Systemen, bis das Energienetz ausgeschaltet wurde Von diesem Schwanzlosen da Umweltbehörde Sie lösten eine Explosion aus Bürgermeister Ist das die Wahrheit? Venkman Ja, das ist die Wahrheit Dieser Mann da hat keinen Schwanz Dieser Dialog zeigt bereits, dass der erste Ghostbusters-Film eben nicht für Kinder war wie seine Nachfolger und die dazugehörige Zeichentrickserie Es wird geraucht, geflucht, getrunken Auch mangelt es nicht an sexuellen Anspielungen bis hin zu einem oralen Abenteuer mit einem Geist Die tiefere Bedeutung des Films Kommen wir also zu eurer, zugegebenermaßen von mir in den Mund gelegten Frage Kann eine Komödie über Geister wirklich die wahrscheinlich beste Zeit des Westens repräsentieren? Geht es um Geister? Ja Ist es eine Komödie? Klar Aber ist es nicht auch die Geschichte von vier Startup-Unternehmern, die in das kalte Wasser der Privatwirtschaft geworfen werden, mit kaum mehr als einer Vision und dem Glauben eine Marktlücke aufgetan zu haben? Scheiße ja, genau das ist der Film Ein paar Nice-to-knows über Ghostbusters Bei einem Budget von 31 Millionen Dollar spielte Ghostbusters knapp das Zehnfache ein und gehörte damit zu den zehn erfolgreichsten Filmen seiner Zeit. Dan Aykroyd, der Co-Autor und einer der Hauptdarsteller, glaubt seit seiner Kindheit an Geister. Das erste Drehbuch, das er schrieb, unterschied sich jedoch stark von dem, was wir als Ghostbusters kennen und lieben. Harold Ramis und Ivan Reitman überarbeiteten das Skript und brachten es auf den Boden der Tatsachen zurück, was auch den ernsten Charakter von Egon Spengler erklärt. Er ist der Analytiker im Team und macht sowohl das Filmprojekt als auch die Geisterjagd möglich. Bill Murray war ursprünglich gar nicht für den Film vorgesehen. Seine Rolle war für den verstorbenen John Belushi geschrieben worden. Slimer, der grüne Geisterfreund, ist Belushi gewidmet. Deshalb sehen wir ihn in seiner ersten Szene Schlemmen. Genau wie Belushi es in Ich glaub mich tritt ein Pferd getan hat. Bevor Bill Murray für die Rolle gefragt wurde, sollte Chevy Chase einspringen, doch er lehnte ab, da ihm das Skript nicht düster genug war. Murray selbst stimmte zwar den Dreharbeiten zu, aber bis zum ersten Drehtag war man sich nicht sicher, ob er wirklich erscheinen würde. Als er schließlich am Set war, improvisierte er so viel, dass man sich fragte, ob er das Skript überhaupt gelesen hatte. Ernie Hudson, der Winston Saddamore spielt, kam anstelle von Eddie Murphy ins Team. Da Hudson damals noch kein großer Name war, fiel seine Rolle auch entsprechend kleiner aus. Am Set fragte er mehrmals, ob er überhaupt noch im Film vorkommen würde. Eine berechtigte Frage, da das fertige Skript stark vom eigentlichen Film abwich. Ursprünglich war die Rolle von Louis Tully für John Candy gedacht. Rick Moranis, der die Rolle schließlich übernahm, improvisierte so viel, dass er bei der IMDB, Internet Movie Database, als nicht gelisteter Co-Autor des Films geführt wird. Der Name Ghostbusters war rechtlich bereits vergeben, weshalb jede Szene, in der der Name erwähnt wird, zweimal gedreht werden musste. Der Ausweichtitel lautete Ghost Breakers. Ein glücklicher Wechsel in den Chefetagen der Studios ermöglichte jedoch, dass der Film doch als Ghostbusters erscheinen konnte. Ein Meisterwerk der Popkultur. Die Liste der Zufälle und genialen Marketingmaßnahmen, die Ghostbusters zu einem Meisterwerk machten, ist endlos. Doch am Ende möchte ich euch noch einen Tipp geben. Öffnet auf YouTube den Song von Ray Parker Jr. und in einem anderen Tab I Want A New Drug von Huey Lewis and the News. Wer den Zusammenhang hört, darf mir das gerne in die Kommentare im Originalbeitrag schreiben. Dieser Artikel ist vielleicht mehr ein Liebesbrief als eine kritische Betrachtung, aber ich denke, das ist in Ordnung, denn Bustin makes me feel good. Sie hörten einen Beitrag von Sascha Blöcker. Nachzulesen bei Freiheitsfunken unter freiheitsfunken.info. Die libertäre Glücksschmiede aus der Schweiz. Besuchen Sie die Freiheitsfunken im Netz und abonnieren Sie den Telegram-Kanal. Die Links finden Sie in der Beschreibung unter diesem Beitrag. Am Mikrofon verabschiedet sich Robert Paul.